herzlich willkommen liebe rheumatologie interessierten zuschauerinnen und zuschauer zum heutigen journal club rheumatologie mein name ist jonathan beon ich habe für die kampagne rheuma 2025 ein jahr lang den freigang moderiert und dafür auch mit verschiedenen rheumatologinnen und rheumatologen gesprochen und daher freue ich mich auch sehr darauf heute den journal club moderieren zu dürfen vorab einmal dieser journal club wird aufgezeichnet und steht dann auf youtube in wenigen tagen zur verfügung es handelt sich hier aber um keine medizinische beratung sondern eher ein wissenschaftliches fachgespräch und um das ganze etwas interaktiv zu gestalten würde ich mich freuen wenn sie als zuschauerinnen und zuschauer die gelegenheit einfach nutzen unseren heutigen experten ihre fragen einfach gerne live direkt zu stellen am besten über den youtube chat oder unsere anderen rheumatologie kanäle wie instagram oder facebook so dass wir dann nach dem vortrag gemeinsam auf die fragen in der diskussionsrunde eingehen können und genau die ein bisschen besprechen jetzt zu unserem heutigen gast gleich hören sie privat dozent dr med valentin es schäfer es facharzt und leiter der abteilung für rheumatologie und klinische immunologie an der klinik für innere medizin des universitätsklinikums bonn und erzählt uns heute etwas über die diagnostik und therapie der riesenzellarteritis herzlich willkommen dr schäfer ja vielen dank für die netten einleitenden worte und für die möglichkeit über mein lieblingsthema zu sprechen nämlich die diagnostik und therapie der riesenzellarteritis und ich habe versucht das irgendwie auf 15 minuten zu kappen ich hoffe es ist mir auch gelungen diagnostik riesenzell das sind meine disclosures vorneweg ich soll vorab schon mal sagen dass der aufzeichnung wenigen tagen auch online geht zur riesenzellarteritis ist die häufigste der systemischen vaskulitis formen die erkrankung manifestiert sich nur über dem 50. lebensjahr häufig sind die patienten 70 jahre alt oder um die 70 jahre alt und einige symptome können aus dem befall der arteria temporales am kopf entstehen kopfschmerzen kommen gleich dazu aber eben auch viele große gefäße können befallen werden und das macht die erkrankung so herausfordernd wir haben zuletzt bei den bei dem meeting der euler leitlinien kommission in amsterdam uns ausführlich da lachen übrigens alle noch ausführlich ausgetauscht und diskutiert was wirklich sinnvoll ist bei der riesenzellarteritis und haben uns hier auf wenige übergreifende grundsätze geeinigt das erste ist eine frühzeitige bildgebung ist bei riesenzellarteritis wichtig das heißt wenn sie den verdacht haben machen sie die bildgebung und warten sie nicht wenn sie einen harten klinischen verdacht haben auf die bildgebung was die behandlung angeht dann wer sollte die bildgebung machen geschulte fachexperten ganz wichtig kommen hier mal kurz meinen laser pointer geschulte fachexperten unter verwendung geeigneter ausrüstung kommen wir gleich noch mal zu und wenn wir einen hohen klinischen verdacht haben auf eine riesenzellarteritis und einen positiven bildgebenden befund hier vor allem der ultraschall brauchen wir keine weiteren bildgebenden verfahren insbesondere die biopsie die sowieso fast tot ist durchzuführen unsere empfehlung und ich möchte nur auf die erste eingehen ist die ultraschalluntersuchung der arteria temporales und axillares ist die erste bildgebende methode der wahl bei verdacht auf riesenzellarteritis und das resultiert unter anderem aus unseren arbeiten die wir im rahmen der omara gruppe erfolgreich publiziert haben sie sehen abends war es dann schon etwas lustiger da war der erste diskussionsteil schon durch da haben wir alle wieder gelächelt und was gegessen aber die diskussionen waren wirklich schon hart und sie sehen was so euler empfehlungen machen europäische empfehlungen das hier ist eine auswertung aus spanien aus dem jahr 22 nachdem die ersten euler empfehlungen publiziert wurden ging die temporal arterien biopsie runter und der ultraschall auf einmal hoch also eine leitlinie hat durchaus aus auswirkung für unsere patienten warum das pet city hoch ging es mir vollkommen unklar aber wir haben uns sehr kritisch dazu geäußert laborparameter cap ist der wichtigste parameter die bsg spielt keine rolle bei der riesenzellarteritis ist widerlegt auch wissenschaftlich wenn irgendjemand erzählt die bsg ist spezifisch bei der riesenzellarteritis ist das unsinn cap ist der marker der wahl hier sehen sie die zwei formen die es gibt der riesenzellarteritis einmal die kranielle riesenzellarteritis mit befall der arteria temporales und ihren ästen und die großgefäß riesenzellarteritis mit befall axillares brachiales aorta eine riesenzellarteritis der unteren extremität ist eine ausnahme wenn es dort leuchtet ist es in 90 prozent der fälle arteriosklerose und keine riesenzellarteritis der unteren extremität das gibt es nämlich nicht jetzt müssen wir die diagnose sichern und da sehen sie zwei möglichkeiten entweder mit der sonographie sie erinnern sich in die euler empfehlung das ist meine frau sie muss für solche bilder immer herhalten kriegt dafür aber er wird er anders entlohnt oder die biopsie die wirklich jetzt ad acta gelegt ist und heute also wir machen pro jahr und wir haben so 100 neue patienten pro jahr machen wir so fünf bis sechs biopsien und dann sind es andere befundet weil der ultraschall befund und oder die klinik einfach nicht typisch ist sie können natürlich auch ein ct machen die daten fürs ct sind nicht schlecht fürs mrt sind sie besser und das pct ist natürlich toll aber wir müssen hier auf die strahlenbelastung aufpassen sie ist sehr sehr hoch im durchschnitt bei 12 bis 16 millisievert da können sie also ein paar hundert röntgenaufnahmen für machen also da wirklich keine standarddiagnostik fangen wir mit der sonographie an mit dem ultraschall ich habe für das deutsche ärzteblatt mal zusammengefasst vor kurzem welche auflösung der ultraschall hat und sie sehen hier 15 megahertz was übrigens die minimal anforderung der euler ist für die gelenkssonographie und auch für unsere gefäßsonographie haben wir eine auflösung von 180 mikrometern das schafft gerade mal ein 7 tesla mrt haben wir drei stück von in deutschland das heißt hier ist der ultraschall absolut zu bevorzugen und ich habe wiederholung noch mal unsere empfehlung drei und vier sonographie der arteria temporales axillares die erste bildgebende methode die wir anwenden sollen unsere vorteile bei ultraschall sind klar wir haben fast überall so ein gerät stehen kurze erfassungszeiten ich brauche so drei vier minuten andere brauchen zehn 15 minuten es ist relativ kostengünstig nachteil ist wir kommen nicht so gut an die großen äste ran gerade die aorta die aorta ist einfach schlecht zu beurteilen ansonsten gibt es hier wenig limitationen bei der sonographie wenn man es kann und da kommen wir jetzt dazu zum zu der ultraschall in der diagnose der akuten riesenzellarthritis für die akute riesenzellarthritis brauchen sie erst mal ein gerät mit 15 megahertz stahlkopf müssen das bild dann schön einstellen und dann kriegen sie im besten fall so ein wunderschönes bild einer vaskulitischen temporales mit hier dieser hypoechogenen wand verdickung um die arteria temporales herum sie sehen oben einmal meine arteria temporales nur ganz gesund und auch hier sehen sie wie bei der carotis den intima media komplex und unten sehen sie die vaskulitische schwellung typisch bei einer riesenzellarthritis und das gleiche auch für die axillares und die riesenzellarthritis der axillares hier normaler intima media komplex adventitia intima dazwischen also helle linie dunkle linie helle linie ist der intima media komplex und hier ist das massiv verdeckt über einer akuten riesenzellarthritis jetzt war das für erfahrene überhaupt gar kein problem aber unser ziel war es ja diese sonographie zu disseminieren dass die wirklich jeder durchführt und nicht nur europaweit sondern weltweit eine möglichkeit waren cut off werte die haben wir 2017 publiziert für alle gefäße die häufig befallen sind von der riesenzellarthritis und wenn sie sich nicht sicher sind und den klinischen verdacht haben können in diese cut off werte durchaus helfen zu sagen ist das gefäß pathologisch oder nicht der zweite punkt waren ultraschalldefinitionen die wir im rahmen der omara gruppe auch erarbeitet haben mit delphi exercises also mit großen umfragen und haben wir zum einen das halo zeichen diese hypoechogene wandverdickung um das gefäß und das kompressions zeichen ich zeige ihnen das gleich sie komprimieren das gefäß und es bleibt keine hypoechogene wandschwellung übrig und die abglänzung zur atherosclerose ganz wichtig weil der atherosclerose natürlich nichts mit einer waskulitis zu tun hat sie sehen hier das kompressions zeichen also hier wird eine arterie komprimiert und es bleibt keine hypoechogene wandschwellung übrig hier das klassische halo zeichen mit dem doppler hier angeschaltet und die atherosclerose mit einem exzentrischen sehr echogen zum teil auch schall auslöschenden verlauf im gefäß so definitionen sind schön und gut aber wir müssen natürlich immer nachweisen dass die reproduzierbar sind und reliabel und das haben wir zuerst in großbritannien gemacht in diesem hässlichen hotel wo es auch sonst nichts lustiges drum herum gab hatten hier dazu auch noch patienten die anbehandelt waren die spezialisten hatten kein training vorher dazu hatten die spezialisten auch zum teil weniger als 300 untersuchungen gemacht und die untersuchungszeit war schon sehr sehr kurz und haben das ganze in berlin noch mal in netteren setting wiederholt mit aber auch patienten mit typischer morphologie mehr training davor sie sehen die sonographie waren viel trainierter die untersuchungszeit war länger und hier konnten wir dann nachweisen dass unsere ultraschalldefinitionen reliabel reproduzierbar sind etwas übrigens was die radiologen noch für keine bildgebende methode in der rheumatologie ausreichend bewiesen haben und wenn sie das dann schön eingestellt haben dann kriegen sie ein wunderschönes halo zeichen immer den doppler mit eingeschaltet am anfang hilft das oder im längsschnitt hier auch von der arterie temporales communes das hier ist alles hypoechogene wandschwellung hier unten auch oder aber auch ein kleineren gefäß hier der ramus frontales das hier ist alles was waskulitische wandschwellung bei einer riesenzellarteritis die brachiales schall ich immer ganz gerne im b-bild auch hier habe ich ihnen einmal die messung eingezeigt der cutoff ist ja ein millimeter und da sehen sie dass hier auch eine ordentliche waskulitis herrscht das war die akute riesenzellarteritis jetzt kommen wir zu chronischen riesenzellarteritis hier haben wir auch cutoff werte etabliert anhand einer kontrollgruppe und einer patientengruppe mit großgefäß riesenzellarteritis und sind bei einem cutoff von 0,87 millimeter gelandet also für anbehandelte patienten wenn sie patienten vom hausarzt kriegen ich habe den verdacht ist eine riesenzellarteritis und ich habe einfach schon mal behandelt und sie wollen im verlauf noch wissen ob es das wirklich war dann schauen sich nicht die temporales an sondern die axelaris bei der axelaris sehen sie häufig noch chronische veränderungen die sich nicht normalisieren und für diese chronischen veränderungen haben wir auch über vier jahre das war echt anstrengend dieses projekt und ich habe fast zugrunde gegangen darunter eine definition erarbeitet für chronische veränderungen der arterie der großen gefäße hier der axelaris bei riesenzellarteritis die sie hier sehen und das typische ist hier diese verdickung des intima media komplexes mit mehreren sichtbaren linien also diese intermedie intermedia komplex da kommt es zu einer art fibrose zwischen intima und adventitia die ganz typisch ist für die chronische riesenzellarteritis hier auch noch mal ein bild von der chronischen riesenzellarteritis mit sehr sehr echogenen mit einer sehr sehr echogenen wandverdickung als chronische wandverdickung jetzt kommt ja mehr und mehr point of care ultraschall wir arbeiten hier in bonn sehr sehr viel damit ich habe einen großen grant eingeworben wir statten aktuell alle medizin studierenden stück für stück mit diesen geräten aus über 500 geräte haben wir schon ist ein anderes system auch ohne piezoelektrischen kristall aber das sprengt jetzt die zeit wir haben ja auch mal untersucht bei der diagnose von riesenzellarteritis wie das mit diesen point of care geräten ist haben hier zehn neue patienten mit riesenzellarteritis zwei verblindete sonographöre und sie sehen dass die blauen und roten balken fast überall gleich sind was die messwerte angehen und in jedem fall wurde die diagnose korrekt identifiziert hier sehen sie auch mal die bilder handheld device versus high end device die sind natürlich nicht so hochauflösend aber wir haben in jedem fall den patienten korrekt identifiziert das heißt man kann auch mit diesen point of care geräten diagnosen stellen der nächste punkt sind 3d gedruckte ultraschallmodelle ich habe ein 3d druck laboren relativ großes wo wir jetzt auch erfolgreich geschafft haben waskulitische veränderung der arteria temporales und der arteria axillares zu drucken und diese aktuell auch europäisch im rahmen der omara gruppe validieren das klappt sehr sehr gut wir haben spezielle gelantine eingebettet hier der 3d druck arbeit mit 20 mikrometern das heißt wir können so spezifisch drucken das können sie sich gar nicht vorstellen um dann diese pathologien hier auch zu reproduzieren wie akute waskulitis der axillares chronische veränderung und auch veränderung der arteria temporales da gehe ich darüber hinweg was anderes ist künstliche intelligenz reden immer ganz viele drüber dass sie angeblich das machen aber wir machen es wirklich wir haben über 4000 bilder eingespeist in der ki sind jetzt aktuell dabei die ersten tests zu runnen aber hier geht es erst einmal darum die minimale auflösung zu identifizieren die eine experte braucht um ein bild noch als pathologisch oder nicht zu erkennen dass sie ist ein großes kooperationsprojekt im rahmen europäischen ultraschall gruppe mit top institutionen und sie sehen ja wir haben hier ultraschall bilder der arteria temporales verpixelt und dann in einem ecrf den teilnehmern zur verfügung gestellt und die konnten dann voten und hier sind wir rausgekommen dass wir eine minimale auflösung von 224 224 pixel brauchen um die riesenzell arthritis identifizieren zu können hier noch mal die klassifikationskriterien die neuen der riesenzell arthritis wo sie sehen dass hier jetzt auch die sonographie gleichgestellt ist mit der biopsie und hier die sonographie der axillares mit noch mal zwei punkten hervorgehoben ist kommen wir zur therapie der riesenzell arthritis und zwar haben wir hier einmal die glukocorticoide als wichtigstes medikament weil es sofort wirkt sie standardtherapie es gibt keine placebo kontrollierten studien zu glukocorticoiden sie wirken zuverlässig und sie haben über lange zeit erhebliche nebenwirkungen und falls sie sich fragen aus welchem aus welchem jahr die evidenz zur wirkung von glukocorticoiden bei der riesenzell arthritis sind dann ist es das jahr 1957 hier haben die autoren nämlich gestatet dass rezidive der riesenzell arthritis auftreten bei cortison unter 100 milligramm rechnet man das auf prednisolonum ist man bei 20 milligramm und das stimmt auch noch heute ziemlich gut es gab auch bis vor kurzem keine richtig publizierte evidenz mit welchem corticoid schema ich die riesenzell arthritis behandle seit der g akta studie auf die wir gleich noch mal kommen zu wegen torsilizumab haben wir das wir haben ein 26 wochen schema das gezeigt hat dass es in der kombination mit torsilizumab einem interleukin 6 rezeptor antagonist exzellent wirkt und natürlich müssen wir bei spezifischen sehstörungen doppelbilder plötzliche erblindung oder ein sehfeld ausfall intravenös mit methylprednisolon behandeln ganz ganz wichtig einer der wenigen rheumatologischen notfälle wo ein irreversibler sehverlust eintritt zu methotrexat gibt es widersprüchliche daten und eine meta-analyse die dann eine number to treat von 3,6 beschrieben hat bei einer medianen mtx-dosis von 11 milligramm extrem gering deswegen hat sich methotrexat wir wenden es zum teil immer noch aber viel viel seltener nicht so richtig über die zeit durchgesetzt zu anderen konventionellen demats gibt es schlechte daten vollkommen unzureichend für eine empfehlung für tnf-alpha gibt es auch schlechte daten abatazept hat ganz gut gewirkt ist aber nie in eine phase 3 gegangen was schade ist und interleukin 6 ist ein zentraler driver wer sich dafür interessiert wir haben gerade in systematische literaturrecherche zur rolle der adaptiven und innerarten immunität bei riesenzellarthritis erfolgreich publiziert da gehen wir noch mal genau darauf ein sie sehen hier geacta schema also einmal in 26 woche wöchiges prädnisolonschema und einmal ein 52 wöchiges prädnisolonschema und dann sehen sie hier das prädnisolonschema plus tocilizumab pro woche oder alle zwei wochen und sehen sie hier pro woche funktioniert exzellent mit dem schema und wenn sie sich die anzahl der rezidive oder der die anzahl der patienten die in einer remission sind anschauen tocilizumab 56 prozent placebo mit 26 wochen 14 prozent ist ihnen klar wie sie sich selber behandeln würden nämlich mit dem interleukin 6 rezeptor antagonisten primärer endpunkt auch hier bei der gustos studie war rezidiv freie remission nach 31 tagen hier hat man nur tocilizumab gegeben da sind auch patienten erblindet insofern nur tocilizumab funktioniert nicht ist trotzdem sehr sehr hochrangig publiziert die studie und hier habe ich ihnen einmal zusammengefasst nur damit sie sehen was sich tut in dem bereich riesenzellarteritis was für phasen mit was für medikamenten von granuloseid macrophag colony stimulating factor zu il 1 il 6 il 17 23 was aktuell für studien alle zu riesenzellarteritis laufen also da tut sich wirklich was und was sich auch tut ist auch in bonn tut sich natürlich was wir haben eine phase 2 studie die meteoritics studie die sich damit befasst ich habe einen patienten mit tocilizumab in remission gekriegt und steroiden natürlich zwölf monate behandelt und danach das ist eine randomisierte doppelblinde placebo kontrollierte studie kriegt ein behandlungsarm 17,5 milligramm metatrixat und der andere kriegt ein placebo wir haben aktuell 34 patienten von den 52 rekrutiert über zwölf monate werden die behandelt danach machen wir noch mal sechs monate follow-up viel imaging läuft mit mrt laufen jetzt sonographie läuft mit und die vorläufigen ergebnisse kann ich schon sagen sehen gar nicht schlecht aus ich möchte noch werbung machen für gerhard krönke aus der charité der neueste pathogenes und therapie der a sagen wird und damit bin ich in meinem vortrag durch und stehe für rückfragen gern noch zur verfügung ja vielen vielen dank dr schäfer für den sehr anschaulichen vortrag ich schaue noch mal in den chat ob wir hier schon fragen haben sie bisher noch nicht so aus dann würde ich vielleicht einfach mal starten also das klang also als könnte man sich auf jeden fall da noch auf einiges freuen was aus der forschung da noch kommt in richtung riesenzelle arterie in welche richtung geht es denn hauptsächlich die diagnostik an der schon ziemlich ausgereift zu sein jetzt also geht es dann wahrscheinlich richtung medikamentöse therapie medikamentöse therapie sexy diagnostik aber auch es gibt verschiedene neue bildgebende methoden wir haben hier auch in bonn einen neuen tracer zur verfügung der vasculation protein one targeted das ist ein endotheliales protein was nur bei entzündung und nicht bei remodeling hoch reguliert wird wir haben erste daten dass es ein exzellenter marker zu sein scheint um wirklich zu unterscheiden zwischen entzündung und remodeling was wir im pet ct wirklich nicht können ganz ganz häufig ja also da gibt es auch noch sachen auch experimentelle experimentelle mrt sequenzen mit denen wir arbeiten also da tut sich viel aber therapie ist ein mainstay und das freut mich dass die erkrankung an der ich jetzt schon 13 jahre arbeite wirklich so einen fokus gerät ihr 17 scheint ganz gut zu wirken wir haben ja daten von der phase zwei studie jetzt auch phase drei obwohl immunologisch man sich wundert immunmodulatorisch kann man sich vorstellen aber wirklich immunsuppressiv hätte man nicht erwartet aber da sieht man immer dass ja auch was man sich selber vorstellt nicht unbedingt immer gleich sein muss und andere trials zeigen auch positive ergebnisse insofern da wird sich therapeutisch sicherlich noch was tun ja ja spannend dann ging es ja um das ultraschall das natürlich immer eine super methode ist wenn man damit zuverlässig krankheiten diagnostizieren kann die frage ist jetzt wie geübt muss man denn sein um die selber gesagt dass sie auch die studenten ausgestattet haben wenn ich das richtig verstanden ja richtig genau und die trotzdem ziemlich gute ergebnisse hatten wie geübt muss man sein um die um das korrekt zu diagnostizieren um die riesen sehr also die zu diagnostizieren muss man schon mindestens 100 patienten mal geschallt haben wir haben bei uns so ein riesen kurikulum publiziert ist auch inzwischen bei pubmed publiziert das bi pokus kurikulum was den gesamten aspekt der inneren medizin sogar abdeckt so dass aktuell unsere pj studierenden alle mit so einem device ausgestattet werden und durchs ganze pj schallen können werden von uns begleitet haben online tutorials zur verfügung wann sie wollen also an blended e-learning können dann ihre task durchführen schilddrüsen sonographie was auch immer und wir bewerten dass das ist ein pilot das geht jetzt in die anatomie und physiologie und wird enorm gut aufgenommen ja das kann ich mir auf jeden fall vorstellen also alle die vorm pj hier zugucken können sich vielleicht ja genau würde ich empfehlen ja das glaube ich es ist nie zu spät ja mich schon fährt es durch okay dann und wie ist es jetzt also die aorta ist ja immer noch so da ist natürlich schwierig mit dem ultraschallgerät ranzukommen ist da das mrt noch nach wie vor überlegen oder absolut absolut das mrt ist überlegen es hat keine ionisierende strahlung wie ct wir sehen es extrem gut gerade mit kontrastmittel aber zum teil auch ohne mit black blood sequenzen also das mrt ist die methode der wahl die ich bei meinen patienten durchführe wenn ich verdacht auf eine aortitis habe man muss man halt wissen dass die wandschwellung beim mrt das sogenannte donut zeichen übrigens das ist also das halo im ultraschall ist der donut im mrt das der donut bleibt ja also die die wandverdickung bleibt aber die kontrastmittel aufnahmen in der wand die verschwindet und das haben ganz viele nicht verstanden insbesondere radiologen leider die dann immer sagen weiterhin aktiv und dann behandelt der rheumatologe weiter mit kortison obwohl das obwohl das crp vollkommen normal ist es ist wichtig dass die wandverdickung ist einfach damage das bleibt das sind fibrotische veränderungen aber die kontrastmittel aufnahmen die verschwindet und darauf sollte man absolut achten ja noch mal eine kleine nachricht an die radiologen da draußen ähm dann wie häufig also es geht ja auch viel um rezidivtherapie bei der riesentheaterie wie häufig sind denn rezidive und vor allem untertherapie ja also rezidive mit prednisolon monotherapie sind häufig haben wir ja gesehen äh wobei in der in der giacta studie auch die ärzte verblindet waren gegenüber dem crp und kopfschmerzen sind häufige symptome würde ich mal sagen ja um dann ein rezidiv nur daran festzumachen rezidive mit steroid mono sind häufig also ich würde keinen riesenzellarteritis patienten mehr es sei denn es gibt spezifische gründe schwere osteoporose was auch immer äh schwerer diabetes und co ähm wirklich nur mit prednisolon behandelt bei uns kriegen alle anti il 6 mindestens für ein jahr und danach setzen wir es ab und dann kriegen einige patienten rezidive aus dem bauch heraus und anhand unserer registerdaten würde ich sagen äh nach wirklich remissions induktion mit tozelizumab sind es zehn bis 20 prozent der patienten ja in der giacta studie waren es deutlich mehr aber da hat halt schon kopfschmerz als rezidiv gezählt ne also ja kopfschmerz ist häufig ja also das ist halt so ja 10 bis 20 prozent ist ja immer noch ähm deutlicher anteil auch ist so aber die kriegen wir in griff das sind keine starken rezidive ja augenbeteiligung im verlauf tritt praktisch gar nicht mehr auf ja äh das heißt da müssen die patienten in der regel keine angst haben und äh man kriegt die mit niedrigen prednisolondosen 6 7 8 9 milligramm und dann wieder reduktion zumeist in griff wir haben wenige patienten bei denen wir hier sechs wieder beginnen mussten das heißt auch die gefürchtete erblindung ist eigentlich unter therapie mehr oder weniger äh korrekt ist bei erstdiagnose erstmanifestation da muss man sofort behandeln danach ist das extrem selten dass das auftritt ja 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 okay ähm dann äh häufige zusatz komplikation oder man ist sich ja gar nicht sicher ob es auch teil der erkrankung ist ist ja die polymialgia rheumatica die auch ja bei der hälfte der patienten auftritt ähm ändert diese ich sag mal zusätzliche diagnose irgendwas an der therapie oder an dem umgang mit der krankheit oder das ist sehr gut sehr gute frage vielen dank also äh eine riesenzellarthritis mit polymialgia rheumatica behandle ich genauso wie eine riesenzellarthritis aber deswegen ganz wichtige frage vielen dank äh wir haben in bonn bei 50 neu diagnostizierten polymialgia rheumatica patienten ein gefäßultraschall durchgeführt und bei 46 prozent eine riesenzellarthritis gefunden und die pmr behandle ich natürlich nicht gleich wie eine pmr wenn man eine riesenzellarthritis haben sondern wie eine riesenzellarthritis und deswegen ist es ganz wichtig daran zu denken dass pmr symptome ein symptom auch einer riesenzellarthritis sein können auch im verlauf kriegt man ein gca patient auf einmal myalgien mit dem crp anstieg der oberen und unteren extremität gerade proximal ist das ein zeichen für eine krankheitsaktivität der riesenzellarthritis ja spannend ich glaube das waren erstmal so alle meine fragen ähm ich gucke noch mal in den chat aber ich glaube da hat sich jetzt auch noch nicht noch was neues getan ähm dann wenn sie nichts mehr hinzuzufügen haben würde ich erstmal den die diskussionsrunde dann hier schließen ähm ich würde nochmal darauf hinweisen dass äh wie schon am anfang erwähnt der journal club hier aufgezeichnet wird und dann auf youtube zum nachschauen bereitsteht und genau der nächste journal club findet dann bestimmt auch sehr bald statt also lohnt es sich auf jeden fall dran zu bleiben und ich würde mich nochmal bedanken bei den zuschauerinnen und zuschauern und auch nochmal vielen vielen dank an sie herr dr schäfer ich fand es sehr interessant und bis zum nächsten mal vielen dank schönen abend ja abend か oder aber schau Vielen Dank.